Kurioser Unfall in Bad König, Zeller Gewerbezentrum LKW durchbricht Hauswand Ein Mann hat vergessen die Handbremse seines in Bad König geparkten LKWs zu ziehen. Das Resultat des Vorfalls war eine durchbrochene Hauswand. Am Freitag, 8.04. ereignete sich gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall der kuriosen Art. Ein 56-jähriger Mosautaler hatte seinen LKW zunächst ordnungsgemäß abgestellt, allerdings vergessen, diesen gegen Weckrollen zu sichern und die Handbremse anzuziehen. Der LKW machte sich selbstständig und rollte über die Fahrbahn. Hier schob er einen vor dem Haus geparkten Kleinwagen einer 61-jährigen Michelstädterin gegen die dortige Hauswand. Das Resultat war ein erheblicher Sachschaden. Am geparkten PKW entstand Totalschaden, die Hauswand wurde hierbei gar durchbrochen und auch das führerlose Fahrzeug wurde beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 90.000 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht geschädigt. Curated by Raute, Kugel 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 Kugel